Toll, warum schmeißen das jetzt so weit weg, ey? Schmeiß mal geradeaus, Mann. Vergiss es. Schmeiß mal, wie die Ziele aussehen. Schock! Schock! Stopp! Aus! 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 Geht doch. Ach, schloss. Hier, schmeiß mal beide, Steffi. Schittis mit. Können sie zusammenrennen. Ja, Logo. Der war ja wohl ein Witz. Der war ein Witz. Und jetzt muss ich den wieder besorgen. August! Küste! Hier. Wie das jetzt? Ja, wie ich den den rennen soll? Gerät? Warte, das ist schwierig wenn die alle da stehen. Jack aus! Aus! Nein, den lässt er nicht los. Das kannst du knacken. Oh nein! Hoffentlich schiebt sie ihn zurück. Da ist und holt ihn. Oh, da geht noch jemand baden. Warte, wenn keiner dabei ist, habe ich eine Chance ihn zu kriegen. Jack, stopp! Aus! So, jetzt versuchen wir das nochmal, Steffi. Aber jetzt schmeißt du mal richtig weiter. Soll ich mal einen werfen? Ne, der geht alle weg. Der wieder trifft alle. Oh, jetzt wollen sie beide den gleichen. Ich werde blass, ey. Ne, das ist doch chillig. Ey, hier wäre noch einer Dyson. Füße! Dyson! Oh, leck mich. Ich hab dann mal den Ball geholt. Jack! Jack! Wo, Jack? Wo, Jack? Gut. Pass auf, zieh den auf Zuchtstopp. Der geht so durchs Halsband. Pass auf, zieh den auf Zuchtstopp. Der geht so durchs Halsband. Pass auf, zieh den auf Zuchtstopp. Der geht so durchs Halsband. Ich halte ihn noch fest. Ich hab grad mal... Ich halte ihn die ganze Zeit fest. Ja, 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 den... Ah! Manni! Ja, Mann!